Das wird gefährlich, es gibt Freistoß! Was? Mach'n, Bro, mach'n, mach'n! Gähne! Woah! Ja! Ja! Alter, Respekt! Respekt, Bro, Respekt! Mein Gott, das Freistoß da! Respekt! Respekt! Respekt, Alter! Respekt, Alter! Mike Messi ist so Waste, Mann! Oh, mein Gott! Ich bin schnell zu diesem Mann! Ich bin schnell zu dir! Oh, Lenni, da, you! Moin, Eich van Bremski, grüß dich! Ich kann mir diese WL dieses Wochenende keine WL geben. Warum? Jedes Spiel geht 5-4 aus! Jedes Game geht 5-4 aus! Das ist! Das klippt! Das wird geklippt! Das wird geklippt! Rechts! Aufwärts, ihr geht! Endlich! Komm, geh! Das wird es! Ja, easy! Easy Goal! Ich habe Schießen gerückt! Nicht sehr! Oh mein Gott! Eeeey! Das ist ein Easy Goal! Ich kassier jetzt erstmal einen, da seh ich mich! Ja, easy Goal! Ja, easy Goal! Ich kassier jetzt erstmal ein! oh mein gott jetzt kontern ach dicker ich krieg nicht mal ein pass mit dem oh mein gott sehr viel glück im boah ist ja scheiße der typ wie dumm bist du eigentlich den holen wir uns den schnappen wir uns oh nein nicht zu früh freund auch mal mit spielverlagerung super mavi nabi da ist er nein das glaube ich nicht was alle im chat alle im chat du schickst am feuer es geht um den abstoß glitch den man machen kann sobald man zu zweit zockt hier in division rivals leute spielen zu zweit achtet aufs radar einer macht den abstoß der andere rennt einfach zum gegnerischen tor und der längste pass aller zeiten wird über spielfeld gespielt und der köpft dem vornerein vergangenheitsform komm mach das vierte jetzt hier muss sie auf den weg das ist der gelb gelb dieses game ist so fakt und da sieht man es wieder was für gelb digger okay pick nummer zwei was wir abstoßen bringen wir sind uns kommen bringen wir sind uns das ist eine absolute katastrophe mit denen vorne wenn man solche stimme hat da brauchst du keine feinde mehr in deinem pro club nein Junge habt ihr das gesehen da wurde ein meter neben der seiten aus den hier abgeschossen ne nein 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 es macht keinen sinn es macht physikalisch keinen sinn lol totti frankreich lol digger hä es ist so unwahrscheinlich es ist digger das kannst du ja keinem erzählen das glaub ich nicht ich hab's euch gesagt ich habe es euch gesagt er ist der beste das gibt's nicht das gibt's nicht oh der ist hungrig der ist hungrig weg weg jetzt gerade keine wünsche mehr über zehn euro mal nichts Handy gestützt, wenn er geht. Ja, mach ich nach dem Spiel. Nein! Wer war das? War das Gommes? Er will nicht mehr beim Übersein. Totz? Na, Tavanie. Hä? Das Wappen sieht man nicht mal. Was ist das denn? Man sieht auf der Tafel nicht mal das Wappen. Ist das schlecht gemacht? Oha! Oha! Bruder! Oha! Wie seine Karte. Oh, ne Woll geht. Nein, bitte nicht, Mann. Leere Tor bitte nicht. Ohohohoho! Einfach Spieler, die kein Kartendesign haben. Einfach ein kaputtes Team, kaputte Spieler, kaputtes Game quasi. Du kannst machen, was du willst bei den Spielern so. Du wirst das richtige Design nicht wiederkriegen. Nein, das akzeptiere ich nicht. Der ist viel zu gut. So eine Karte darf man nicht releasen. Wenn er den macht. Inspire on fire. Inspire on... Was? Tja, auch sowas passiert. Abhaken und weitermachen. Äh... Oh mein Gott. Leute. What? Hä? Ist der Ball grad nicht. Was machst du grad? Ich boh in der Nase. Nein, Spaß, Mann. Wir machen Grießmann. Und wir ziehen sogar aus dem Packen Tots. Warte mal, war das ein 5k Pack? Hä? Oh Chat, ich muss... Ich kack mir gleich in die Hose. Ich muss ganz schnell aufs Klo. Ich bin gleich wieder da. Äh... Ich werde wahrscheinlich eine Sekunde länger brauchen. Gleich wäre eh Werbung. Ich knall euch kurz in die Werbung. Aber ich bin gleich wieder da. Ah... Oh fuck, hab ich nie vergessen. Das erste Spiel 0-1 aus. Let's go. Schöner Kopfball. Muss sie mit dem Kopfballtor... Oh, Dylan kriegt... Die Donau-Uhr. Junge, er muss die zweimal antippen. これ mit dem Lys. G oppose die ab. Huh, wie depressing. Ich bin lange drauf. talking kia beim Bop montieren. Mit ihr habt. Ich bin ein Hackrich.